Guten Morgen Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der Tag der Premiere von Friedrich der Verlassen. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit. So Leute, ich bin jetzt gerade in der Umkleide und gleich wird sich umgezogen für die Premiere und ich bin so aufgeregt. Aber es ist richtig gut. Ich habe das Gefühl. So Leute, das hier ist jetzt mein Outfit für den Emil, den ich spiele. Ich zeige euch jetzt nicht mehr, wie ich damit aussehe. Das bin ich jetzt mit meinem normalen Outfit. So voll classy, black und so. Aber jetzt kommt mein neues Outfit. So, das ist jetzt mein Outfit als der Straßenjunge Emil. Und da ist ein Schneemann. Ich bin so aufgeregt. Ihr seht ja jetzt leider nicht, wie die Bühne aussieht, aber meine Schwester hat mir so ein Bild geschickt und das kann ich euch ja mal zeigen. So in etwa. Ist das nicht wunderschön? Ich wusste es. Guck mal, wie cool das aussieht, wenn die so... In 15 Minuten ist Premiere Beginn, noch 15 Minuten. Ist die Banane nicht zu tropisch für dich? Ein bisschen, aber... Glaub ich schon. Schneemann braucht auch seine Vitamine. Boah, wir wollen ja nicht mal ein Essen wegen Kannibalismus und so. Genau. Deswegen muss man wandern. Die sind auch. Aber die sind lecker. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich wandle gerade durch die Gänge des Friedrichs- Schockpalast. Und ich bin jetzt gleich auf dem Auftritt. Wow. Ich bin so aufgeregt. Wow. Guck mal, so viele bunte Gestalten. Oh mein Gott. Das ist immer eine Verlobte. Wir sind verlobt und wir sind wunderbar. Das ist dein Bruder. Was? Zeig mal, ich sing... Ah, jetzt singe ich mich. Gut, hi. Das ist Antonia, das ist Ferdinand aka Ayush. Achso. Ayush, Ayush, coming to the tree. Das ist unsere Stimme angewandt. So la 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 la, scha... La 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 la... Mach mit. La 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 la... Ich weiß, es heißt, echte Freundschaft zu erleben und nicht mehr allein zu sein. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und ihr habt mir gezeigt, dass man zusammen stärker ist. Und jedes Ziel erreicht, weil wir frei. Das Sehnt geben wir nicht ab. Hier werden wir immer verkabelt. Hi, hier kriegen wir immer unsere Mikros. Hier. Und? 65 Sekunden? Toi, 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 toi. In einer Minute geht's los, Leute. In einer Minute nur noch. Alle richtig aufgeregt. Ja, wir sind mega aufgeregt. Wenn irgendjemand von euch kommt, ja, kommt bitte, ja. Wir sind aufgeregt. Nur, dass ihr das wisst. Hahaha. Oh Gott, ich sterbe so weg, ey. Okay, bereit, bereit, bereit. Los geht's. So, das erste Bild ist jetzt fertig. Es lief auch eigentlich ganz screwed. Oh mein Gott, da krieg ich noch ein bisschen Püppi in Oben. Wir sind gerade in der Pause und Enrika... Hi. Oh Gott, nee, ist mir alles ein bisschen unangenehm hier. Ist mir ein bisschen unangenehm hier. Salah. Halla auf, du. Hör auf, ey. Bist du Püppi in Oben, wa? Ey, ich hab ja keine Haare, du. Jetzt denken die Leute, ich hab keine Haare. Ich hab Haare. Die sind nur weg. Interessiert mich nicht nur. Oh, boah. Oh. Du, das wär gut. Ich hab ja gar nicht ganz verlegen hier. Hahaha. So, ich bin jetzt gerade mit meinem Lino. Hallo. Mit meinem Double. Die Show ist jetzt fertig. Es ist eigentlich alles gut gelaufen. Und jetzt gehen wir zur primären Feier. Party, Party, Party. Party, Party. Party. So, wir sind jetzt gerade im Quatsch. Comedy Club. Und hier ist jetzt unsere... Yeah. Hallo. Hier ist unsere primären Feier. Und das ist mit den größten Idioten der Welt. Nein. Das sind wunderbare Leute. Wesen, Menschen. Wir sind auf jeden Fall ganz nett. Hehehe. Hehehe. Wie auch. Jeb. In die Fields. 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 Oh, mein Gott. Es geht! Alter! And let it up! Let it up! Hey! This is the music. We can sing it. We can sing it. We can sing it. What you're trying to do. Two or hundred magics in the air. And the toys so bigger. Look out. Woo! Second match for the master show. Yes, the show. Oh, wie cool. Das ist eine Vlog-Kamera. Magie, das ist ja voll... Das ist so... Mein Gesicht sieht so aus, als wäre meine Augen. So Leute, mein Handy ist spurlos verschwunden und es ist alles scheiße. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt sind wir gerade bei Bombay. Also das Restaurant Indisch auf Spezialitäten. aus am besten schmerzen. reb Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, ich bin so scheiße, jetzt habe ich nichts mehr. Scheiße! Die Gesichter sehen immer so richtig umsch aus. Wenn du da dran bist, auch wenn du bei Deckung bist. So, wir gehen jetzt aus dem Bombay raus. Und hier spalten sich unsere Wege. So, es ist jetzt gut eine Woche nach dem Auftritt. Mein Handy hat sich nicht blicken lassen, aber wahrscheinlich wurde es halt gestohlen auf der Premierenfeier. Naja. Aber dafür habe ich jetzt ein neues. Und zwar hatte ich jetzt den Grund, mir das iPhone 7 zu holen. Jetzt bin ich glücklich, dass ich jetzt wieder ein Handy habe. Ja. Und. Ähm. Ja. Ich gebe jetzt den Gewinner der Verlosung preis. So, den Adventskalender hat gewonnen. Nilo. Azaia. Azaia. Yeah. Nilo. Kurz Nilo. Ah. Ähm. Ja. Ich werde dich kontaktieren. Und dann wird es von meinem Management aus zugeschickt. Dann kriegst du den Adventskalender. Kalender. Und, äh, diese Box mit, also dieses kleine Set mit den Pflegeprodukten und so von Benefit hat Luise Co. Gewöhnin. Dich werde ich auch kontaktieren. Ähm. Und du bekommst dann auch zugeschickt. Und, ja, jetzt wisst ihr, wer gewonnen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.